Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist Jens Peters und heute kommen wir zu einem Thema, das mir als Läufer besonders am Herzen liegt, nämlich Lauflampen. Lauflampen gehören bei mir genauso wie gute Schuhe, angenehme Klamotten und eine funktionale Uhr zur Standardausrüstung. Bereits Ende August kommt es bei mir vor, dass ich meine Lampe aus der Schublade hole, weil ich familienbedingt oft erst nach 21 Uhr zum Laufen komme. Die Saison geht dann so bis in den April, also effektiv über ein halbes Jahr und das finde ich eigentlich richtig ätzend. Umso wichtiger ist es dann, eine gute, leistungsstarke und angenehm zu tragende Lauflampe am Start zu haben. Die letzte Saison bin ich vornehmlich mit der Petzl Actic Core gelaufen, das ist diese Lampe, einen ausführlichen Vergleichstest gibt es hier oben. Diese Saison habe ich mir drei neue Lampen organisiert, die ein kleines bisschen anders sind und die schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Im bereits erwähnten und verlinkten Video hatte ich neben der Stirnlampe noch eine Brustlampe im Test. Heute habe ich im Test auch noch eine Bauchlampe, also ja Bauchlampe und da kommen wir zunächst zum essentiellsten Unterschied bei Lauflampen, nämlich dem Ort der Befestigung. Es gibt die Stirnlampe, die Lampe wird dann am Kopf getragen, ist je nach Modell unterschiedlich bequem und hat den Vorteil, dass der Lichtstrahl dorthin kommt, wo sich euer Kopf hin bewegt, also nach links oder nach rechts oder nach oben oder unten. Dann gibt es die Brustlampe. Meist befestigt wie so ein Rucksackgeschirr leuchtet diese Lampe ein bisschen tiefer. Problematisch ist bei dieser Befestigungsart, dass der Oberkörper meist leicht von links nach rechts schwingt und dementsprechend der Lichtkegel sehr unruhig ist. Zudem kann man das Licht nicht so schnell dorthin leuchten, wo man gucken will, wie bei einer Stirnlampe. Um zu identifizieren, was da im Gebüsch raschelt, muss man schon den ganzen Oberkörper drehen. Also ist eher ein bisschen kompliziert. Und das gilt auch für die Bauch- oder Gurtlampe, die auf Hüfthöhe getragen wird. Vorteil gegenüber der Brustlampe ist, dass im Hüftbereich nicht mehr so viel von links nach rechts geschwungen wird und der Lichtkegel damit wieder wesentlich ruhiger ist. Kommen wir nun zu den heutigen drei Testkandidaten. Zum einen die Petzl Eco Core, dann die LED-Lenser Neo 6R und noch die Ultra Aspire Lumen 603. Vorneweg, alle drei sind gute bis sehr gute Lampen. Alle mit unterschiedlichen Qualitäten in mehr oder weniger unterschiedlichen Preisklassen. Es kommt also am Ende auf euch selber an, wie viel Geld ihr ausgeben mögt und welche Funktionen euch am wichtigsten sind. Beginnen wir mit dem günstigsten Modell im Test, die LED-Lenser Neo 6R. Dabei handelt es sich um eine klassische Stirnlampe mit einem relativ kleinen und leichten Licht vorne und dem Akkupack hinten. Die Lampe bringt 95 Gramm auf die Waage und hat 240 Lumen. Die Lampe leuchtet maximal 40 Meter weit und das für sechs Stunden in der höchsten Einstellung. Auf der Rückseite hat sie, und damit als einzige in diesem Test, eine kleine rote Leuchte, quasi als Rücklicht. Die Lampe lässt sich via Micro-USB-Kabel aufladen. Neben der Stirnlampe-Funktion gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze in eine Brustlampe umzubauen. Bauen trifft es ganz gut, der Bau ist relativ kompliziert, aber machbar und ehrlich gesagt wechselt man vermutlich nicht ständig von Brust auf Stirnlampe. Der Preis liegt bei knapp unter 50 Euro, je nach Händler. Für diese 50 Euro bekommt man dann eine gute Lampe, die nicht wackelt, gut leuchtet, mit ihren 240 Lumen und lange hält. Neben dem Standardmodus gibt es noch einen Sparmodus, den ich aber eher als zu dunkel empfinden würde, und ein Blinklicht. Die Lampe lässt sich in verschiedenen Winkeln ausrichten, je nachdem, ob man eher in die Ferne schauen mag oder direkt vor sich auf den Boden guckt. Das Tragebond ist relativ schmal, das muss man mögen. Ich würde tatsächlich an der Stelle testen, ob einem das entgegenkommt oder nicht. Ich hatte bei der Petzl Active Core ein breiteres Band, was ich persönlich als angenehmer wahrgenommen habe. Alles in allem eine Lampe eher für den ab und zu im Dunkelnläufer, der für nicht allzu viel Geld eine ordentliche Lampe geboten bekommt. Kommen wir zur Petzl Eco Core. Auch hierbei handelt es sich um eine Stirnlampe, aber vielleicht nicht im klassischen Sinne. Das Design sticht schon arg heraus und das muss man mögen. Unabhängig davon stellt sich natürlich erstmal die Frage, ob die Lampe daneben auch was taugt. Die Eco Core ist leichter als die LED-Lenser mit 79 Gramm, kommt auf immerhin 500 Lumen bei der Leuchtkraft und fällt vor allem wegen der AirFit-Halterung am Kopf auf. Dabei handelt es sich nicht um das traditionell elastische Band, sondern um so eine gummiartige Konstruktion, die sich mit elastischen Bändern an den Kopfumfang anpassen lässt. Dies passiert intuitiv mit einem Zug am Band und ebenso leicht lässt es sich auch wieder lösen. Die Lampe vorne ist extrem dünn und lässt sich sehr weit hoch und runter bewegen. Am Hinterkopf findet sich das Batteriefach, das sich entweder mit der Core-Batterie von Petzl betreiben lässt oder mit drei 3-fach A-Batterien. Die volle Leuchtleistung erreicht man aber nur mit der Core-Batterie. Diese hält dann bei voller Leuchtkraft zweieinhalb Stunden, danach wird in den nächst dunkleren Modus geschaltet und die Batterie lädt sich ebenfalls wie der LED-Lenser via Micro-USB. Störend an dieser Stelle ist, dass die Lampe dies ankündigt mit einem sehr hellen Blinken, das einem im dunklen Wald schon mal derbe erschrecken kann. Vielleicht kann man ja da noch nachbessern, das Problem gab es aber auch schon bei der Petzl-Actic Core. Die Verarbeitung der Lampe ist sehr solide. Denkt man zunächst noch, dass die Konstruktion vielleicht zwei Wochen hält, merkt man mit der Zeit die Qualität des Produkts. Eventuell könnte es sein, dass das Zugband irgendwann an Elastizität verliert und auch der Stopper, der das Band an seiner Stelle hält, irgendwann nachlässt. Aber das konnte ich im Testzeitraum nicht bemerken. Die Lampe hat drei Modi, wobei nur Modus 2 und 3 beim Laufen wirklich nutzbar sind. Modus 1 ist vielleicht so für einen kurzen Blick im Dunkeln hilfreich, aber mehr auch nicht. Mitgeliefert wird im Paket auch noch ein kleiner Aufbewahrungsbeutel, in dem die Lampe zusammengefaltet werden kann. Oder man nutzt den Beutel als Diffusor für den Betrieb zum Beispiel im Zelt beim Lesen. Das ist wirklich sehr fein gelöst, sieht sehr gut aus und klappt auch richtig gut. Wenn es noch Dinge zu verbessern gibt und da handelt es sich jetzt hier um Jammern auf hohem Niveau, dann ist das zum einen unter anderem das Batteriefach. Das aufzubekommen ist ein bisschen fummelig und Punkt zwei wäre, dass man vielleicht zumindest eine kleine rote LED-Leuchte hinten an das Akkupack macht als zusätzliche Sicherheit. Aber wie gesagt, Jammern auf hohem Niveau. Zu bedenken bleibt bei der Petzl, wofür man die Lampe nutzt. Wer Ultraläufer ist, dürfte mit einer Batterielaufzeit von zweieinhalb Stunden eher unzufrieden sein. Auch wenn man sich Ersatzakkus einpackt, für alle anderen gibt es eigentlich kaum was zu bemängeln. Preislich liegt die Petzl bei knapp über 60 Euro auf dem Markt. Ein klasse Preis für ein klasse Produkt. Daumen hoch. Kommen wir zum letzten und teuersten Kandidaten, der Ultraspire 600. Es handelt sich um eine Bauch-Hüftlampe, wie auch immer man das jetzt titulieren möchte. Ich habe ja die Unterschiede zwischen den Befestigungsorten schon erläutert und da kommt die Ultraspire ins Spiel. Die Lampe hat, wie der Name schon sagt, 600 Lumen. Lässt sich nach oben und unten ziemlich weit bewegen. Zusätzlich kann man die Lampe auch abnehmen, was cool ist. Durch die Position der Lampe entsteht jedoch ein anderes Lichtbild als bei einer Stirnlampe. Während die Stirnlampe direkt von oben nach unten leuchtet, entstehen dabei sehr wenig Schatten. Im Gegenteil dazu ist die Bauch-Hüftlampe sehr gerade und damit kann man Unebenheiten, Schlaglöcher besser erkennen, aber vielleicht nicht ganz so weit leuchten. Das erkennt man gleich auch ganz gut in den Testaufnahmen. Viele Lampen haben das Problem, dass durch den sehr fokussierten Lichtstrahl, also bei einer Stirnlampe, eine Art Tunnelblick entsteht. Das passiert hier überhaupt gar nicht. Die Lampe ist praktischerweise an einem Gurt befestigt, der auch eine Tasche an der Rückseite hat. Da lässt sich problemlos ein Handy drin verstauen, ohne dass der Gurt groß, hoch und runter hüpft. Eigentlich überhaupt gar nicht. Überhaupt sitzt der Gurt bequem, drückt nicht und ist nach kurzer Zeit eigentlich überhaupt nicht mehr wahrzunehmen. Die Laufleistung der Lampe liegt bei 5-6 Stunden. Wenn die Leistung nachlässt, wird man auch bei der Ultra Aspire mit einem Blinken gewarnt, jedoch bei weitem nicht so erschreckend wie bei der Eco-Core. Die Lampe wird mit einem Akku geliefert, der sich auch via Mini-USB laden lässt. Viel mehr gibt es zu dieser Lampe nicht zu sagen. So ein kleiner Einschub aus dem Schnitt. Was mir noch aufgefallen ist, die Lampe wird außergewöhnlich heiß während des Laufens. Also wenn sie länger läuft, dann muss man ja nicht aufpassen, dass man sich die Finger verbrennt, aber sie wird schon ganz schön heiß. Kommen wir deshalb zum Abschluss nochmal zum Preis. Und der ist richtig deftig mit 150 bis 160 Euro. Aber die Lampe ist durchaus ihren Preis wert, wenn man so eine Lampe mag und nicht mit einer Stirnlampe laufen will. Kommen wir zur Abschlussbewertung. Die LED-Lenser hat mich vom Funktionsumfang und von Preisen wenig an meine Petzl Actic Core erinnert. Solide Lampe mit ordentlichem Komfort und guter Leuchtkraft. Sicherlich gut für Einsteiger und Gelegenheitsläufer im Dunkeln. Außerdem einfach ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die Petzl Eco Core kommt da schon mit mehr Komfort um die Ecke und das für nicht viel mehr Geld. Das Design ist ja eigenwillig, funktioniert aber gut. Die Lampe leuchtet stark. Hier fragt man sich lediglich, wie lange das alles hält. Das merkt man wahrscheinlich erst nach einem Jahr. Schick sind bei der Lampe Gadgets wie das Zusammenfalten oder der Aufbewahrungsbeutel, der gleichzeitig als Zeltlampe genutzt werden kann. Das ist cool. Und zum Schluss sind wir bei der Ultra Spire, die besonders durch die Leuchtkraft und Akkustärke begeistert, eine Tasche bietet und sonst einfach abliefert und Spaß macht, ohne dass ich jetzt groß sagen könnte, warum das so ist. Ist ein bisschen unbefriedigend für euch, aber die hat mir einfach bedenkenlos gefallen. Wenn ich wählen müsste, würde ich vermutlich zwischen der Eco Core und der Ultra Spire hin und her schwanken. Am Ende würde mich das Preis-Leistungs-Verhältnis wahrscheinlich zur Petzel lenken. Ja, aber wie schon am Anfang gesagt, empfehlen kann ich eigentlich alle drei Lampen. Es kommt halt darauf an, was man braucht. Also, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen bei eurer Kaufentscheidung. Alle Geräte sind nach unten als Affiliate-Links in der Videobeschreibung. Ja, und dann sehen wir uns ganz bald hier wieder im Kanal. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.